Musst du kotzen? Musst du kotzen? Ja, wirklich. In den Eimer rein kotzen. Er hat in den Eimer gekotzt. Jo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist wieder OG Man Toby. Was ist doch dein Name? OG Man Toby, oder? Lasst einen Daumen da oben da, wenn ihr mehr Videos mit OG Man Toby sehen wollt. Throwing Gang Signs. Throwing Gang Signs. Throwing Gang Signs. Wow! Leute, wir ziehen uns heute zusammen wieder ein richtig, richtig nice Video rein. Und zwar Gravel and Sand. The most Minecraft. Realistic Minecraft. Also, wir gucken uns heute tatsächlich geisteskrank realistische Minecraft Clips an. Und ich sag's euch ehrlich, wenn ihr das seht. Euer Körper wird kribbeln, euer Gehirn wird von innen stimuliert und ihr werdet einen Orgasmus im Herzen spüren. Perfekt. Ich würde sagen, wir würden... Ich freu mich, Sebastian. Originalvideos wieder in die Videobeschreibung. Okay, bebebebe, let's go. Das ist, glaube ich, nicht nur Gravel und Sand. Ah! Ähm, ähm, Pisten. Pisten, Pisten. Oh, ist das geil? Wir müssen erraten. Nein, das ist nicht das Spiel. Oh, die Füße. Oha, Bro. Die Füße. Okay, Digga. Töte direkt meine Grafikkarte. Oh! Digga, so geil wie das... Alter, stell' vor Grafideck. Oh Gott. Ist das so befriedigend. Gibt's das wirklich? Das wäre so nervig, wenn alle Blöcke so wären. Man könnte mit denen nichts anfangen. Wirklich. Ich dachte, du willst versinken im Sand. Oha, okay. Alter, diese Chunks. Sogar die Stückchen. Der hat Stückchen. Oh, so geile Chunks, Junge. Das geht nicht. Der will jetzt... Oh! Der mischt das. Marmorkuchen. Marmorkuchen. Oder? Nein. Aber da kommt gleich das andere Sache raus, außer Gravel und Sand. Wirklich? Ich glaub schon. Oh! Was? Da kommt Wasser raus. Digga, wie das rausgeschossen hat. Okay, 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 Bruder, okay. Digga. Halt's mal, dass die... Das sieht aus wie eine Schokofontäne oder so. Wo man den Kuchen und so Sachen reinhält, wo die dann schokoladig schmecken. Ich merke einen Ansatz, du dummer... Das ist schon sehr, sehr krass. Guck mal, wie das auf alles abfließt. Ist das eigentlich ein Rendering oder ist das als Mod-Gym? Oha! Ein Rendering ist das nicht, oder? Der kann das grad nie im Leben so geil tracken wie in echt. Ist das ein Mod, ja? Ich denke... Komm her, komm her, stillen. 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 Oh, Digga, mein ganzer Körper kribbelt gerade. Ist das gut. Guck mal, Digga, das ist wie wenn du einem über die Haare schraubst. Wildes Pokémon kommt gleich raus. Mein Gott, kannst du endlich mal da machen? Nein, ist aber geil. Das ist wirklich heftig. Boah, guck mal, Junge. Das ist wie wenn du jemand über die Haare schrägst. So nice. So f***ing nice. Was passiert jetzt? Wie es wackelt. Oha. Guck mal, also gerade... Digga, das ist so am Schelten... Digga, kein Spiel hat doch so eine Physik. Der hat doch Minecraft auch nicht. Bro, stell dir mal vor, du hättest Gras in Spielen, das so ist. Utmost Realistic Minecraft. Utmost. Was kommt jetzt? Realistic Hannibal. Wackel weiter, wackel weiter. Oh nein. Oh, Digga, boah, ich hab das Gefühl, als würde der richtig lecker schmecken. Ja, so richtig... Aber reinbeißen auch. Oh, der hängt da runter. Oh nein, der zieht es auseinander. Das geht nicht, oder? Das kann nicht sein. Geht nicht. Funktioniert das? Geht nicht, ne? Was? Oh, ist das... Jo, die Pisten, die... Alter, das ist krass. Das ist wirklich heftig. Ich find's schön. Das befriedigt mich grad mehr als... Echter Honig. Ja, genau. Echter Honig wollte ich noch. Wolltest du sagen, ne? Wer auch immer dir grad auf WhatsApp schreibt, es nervt. Weiter geht's mit Minecraft. Was ist das? Und Diamant? Der bleibt so richtig dran kleben. Guck mal. Push it on. Hä? 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 Wie ist der Pisten jetzt rausge... Hä? Der ist einfach umgefallen. Was jetzt so utmost realistic ist, weiß ich nicht. Warum heißt es utmost? Ich weiß nicht. Oh nein. Utmost. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ich kann's gar nicht glauben. Alter. Digga, das sieht besser aus als im echten Leben. Was? Das sieht besser aus als in meinem echten... Was? Das schmilzt halt's Maul. Was? Pass auf. Oh Gott. Was ist das denn jetzt für ein LSD-Trip? Hä? Das hat so ein Block gemacht. Ähm. So macht man... Ist das der Warden? Macht man den so? Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Digga, diese Sport... Ja! Was schuldigung? Digga, diese Sport-Animation gerade. Oh, wie krank. Digga, das ist insane. Hä? Wieso klappt das nicht? Das ist eine Spawn-Animation. Ey, das sieht so krass aus. Das gibt mir irgendwie so... Wie heißt der? Der Silver Surfer. Von Dings. Fantastic Four. Wespe. Der war gerade in seiner Richtung. Quecksilber, Mann. Dicker. Eisen, Mann. Der ist ja Eisen. Aber das ist wirklich... Okay, das war bei der Animation. Ja, das sieht doch gerade aus wie der Animation. Ja. Aber was macht sie? Einfach mal auf ein sparen Haus auf. Hä, wie geil. Aber wie, das ist doch keine Animation. Doch, das ist eine Animation, oder? Ach, das sieht so krank aus. Ey, ich schreibe das in den Kommentaren, was davon Animation ist und was davon ein Mod ist. Und wie geht das, wenn... Weil wenn man halt als Mod hat, ich würde es unglaublich gerne spielen. Ja, ich würde es auch gerne spielen. Weil wir zusammen unglaublich gerne spielen. Alter, ein Villager? Danke. Der ist animiert, das sieht man. Ja, aber vielleicht ist der auch so realistisch gemacht, dass er nicht animiert ist. Das ist ja im Game so drin. Ja. Guck mal, der schüttet den Wasser einfach sogar aus. Ja, was ist denn dein Problem? Hallo, hör mal auf. Hallo. Oh, nee. Oh mein Gott. Ja, okay. Okay, übertreib doch direkt. Ich glaube, ich habe ihn schon mal gesehen. Ja. Ihhh, das ist gleich lecker. Deine Freundin, wenn du... Wenn... 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 Melone von... Die Freundin... Wenn deine Melone... Wenn du den Federkäse... Melonen... Wenn du deine... Das sieht aus wie eine Melone, irgendwie. Irgendwie sieht es ein bisschen aus. Das hängt da am Boden. Ist ein Enderportal? Enderportal. Was macht der Diamantblock? Bist du hart mit dir? Hä? Das verstehe ich auch nicht. Das zeige ich jetzt auch nicht. Was hat der gemacht? Ähm... Was macht der? Ich verstehe es gerade nicht. Irgendwie gibt es mir so ASMR-Vibes. Ja, ich frage mich jetzt, was passiert. Ist da was drin in dem Block? Ja, muss ja, oder? Crystal Meth. Digga, das sieht juicy aus. Das würde ich gerne essen. Das würde ich so gerne rauchen, Alter. Wie reich wärst du? Fette Bonk und dann das Fett wegkippen, oder? Nein. Mach das nicht nach. Nein, mach das nicht nach, nein. Was ist das? Was spawnt der da jetzt? Den Kürbismann. Verlooten. Boah, geiler Ficksal. Der Räger fragt sich auch, was das soll. Digga, warum ist das so realistisch? Guck, er sieht so normal aus. Bro, warum ist der so? Ach. Das ist doch kein Rendering. Guck mal, wie der sich bewegt. Der bewegt sich wie im Spiel. Das kann man ja schon so machen, oder? Copper Golem. Copper Lole. Okay, Digga, Hiroshima oder was? Digga, Feuer sieht wirklich besser aus als bei mir. No joke. Weil ich damals bei mir die Wohnung angestellt habe. Weißt du doch? Ja, weiß ich. Das war's voll gut. Weil du beweisen wolltest, dass deine Wohnung brennt. Ja. Ich weiß nicht, was du damit erreichen wolltest. Wollte eigentlich testen, ob es geht. Okay, das ist auch sehr, 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 sehr. Boah, das sieht gut aus. Der soll mal nach oben gucken. Bitte. Ja, ich glaub, das cappt oben. Wahrscheinlich schneid das oben so ab. Bitte guck nach oben. Nein, Vorsicht! Geh nicht da rein. Alter, okay, das wäre geil, wenn das in Minecraft so wäre. Wenn nur der Kopf brennt. Ja, aber das Feuer in Minecraft sieht auch scheiße aus. Ja. So. Oh, war das jetzt eine Zeitlupe? Das ist irgendwie schon wieder so. Guck mal, das ist jetzt keine Animation. Das muss echt Minecraft sein. Das ist jetzt echt. Orbeez! 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 Bellabot! Digga, das sieht so trippy aus. Oh Gott, das sieht trippy aus. Oh nein. Du weißt, ich darf nicht zehn Farben gleichzeitig sehen. Tobi? Was ist das eigentlich für nicht zehn Farben gleichzeitig? Was für eine dumme Scheiße, Alter. Ach so, warte. Bip, bup, bam. Digga, danke. Gerne, Mann. Ich wusste, es gibt zwei Personen auf der Welt, die das wissen. Wer ist die andere? Du. Ja. Ich weiß nicht, wer die zweite Person ist. Boah, jetzt geht er rein. Spring rein, spring rein. Jalla, jalla, gib ihm. Oh. Ja, Mann, Mann, ey. Hä? Warum baut er sich... Ähm, Bro? Ah, dahinter ist Lava. Digga. Digga. Hä, der brennt nicht. Ja, ja, das ist ein bisschen egal, auch glaub. Warum brennt denn nicht? Äh, wieso jittert der da unten so, hast du grad gesehen? Ja, das... Boah, die Lava ist geil. Boah, die ist so wirklich geil dickflüssig. Ja, ja, no joke. So müssen sie eigentlich auch sein. So, ich zeig dir mal, ich hab auch Lava in der Hosentasche. Es ist halt so ein Loch im Bein. Hätt der die nicht einfach aufstellen können, die Gäste? Nein, 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 nein. Kales ist der neue Order. Warum ist denn das jetzt so? Oh Gott. Ja, okay, okay. Oh, was passiert? Wenn der jetzt ein hyperreliester Tannenbaum wegst, dann schreie ich. Oh. Ich glaube, es ist kein Tannenbaum, oder? Es sieht gruselig aus. Oh mein Gott, ist das schön. Ich will da drunter leben. Ey, das ist so peaceful, oder? Oh mein Gott. Ey, ganz ehrlich, mit den Blättern, die auch fliegen... Ist es dann noch Minecraft? Nee, eigentlich nicht, ne? Aber es ist trotzdem echt schön, weil es hat ja doch die Texturen davon. Boah, ich würde da so drunter sitzen gern. Du bist denn aus einem Tannenbaum selbst den Laubbaum bekommen. Scheiß Video. Buh. 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 Boah. Sieht so schön aus. Guck bitte nach oben. Ja, Mann. Ich glaube, der oben, der hört einfach auch der Rauch. Schade wäre das. Oh, der, ach, der ist weggebrannt. Krass, krass, krass. Geile Animation. Ey, Leute, das ist wirklich heftig. Nein. Nein. Guck mal, das ist keine Animation. Das ist wirklich in Minecraft. Der war random, oder? Also, no joke. Schreibt uns bitte mal in die Kommentare, was hier genau abgeht, wie man das selber spielen kann. Absolut, ein geiles Video. Ersteller des Videos natürlich in der Videobeschreibung verlinkt, Leute. Wenn es euch genauso befriedigt hat und gefallen hat, lasst den Daumen nach oben nach. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Checkt Tobis Instagram aus. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Auch dein. Auch dein gern, auch sein. Gern gucken, neue Bilder, aua.